Na hallo zusammen, mich hier ist wieder Hotschela und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar heute ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um das letzte Mount aus einer Kampagne von der Covenant Fraktion und zwar sind wir jetzt hier bei den Night Fee. Wir wollen uns heute das Mount anschauen und zwar den verzauberten Traumlicht Runenhirsch und den bekommen wir, wenn wir die Covenant Kampagne von den Night Fee komplett durchspielen, also 9 von 9 Kapiteln abgeschlossen haben. Gerade sitze ich hier noch auf einem anderen Mount und zwar den Traumlicht Runenhirsch. Den bekommen wir ja ganz am Anfang der Covenant Kampagne, wie es bei allen Covernants ist. Am Anfang gibt es das erste Mount und ganz am Ende, außer bei den Kyrianern, da gibt es das irgendwie bei der Stufe 7 glaube ich das letzte Mount. Aber bei den anderen Covernants, wie bei den Night Fee, bei den Necolords und bei den Ventir, gibt es dann am Schluss nochmal einen Mount und das ist dann diesesjenige verzauberte Traumlicht Runenhirsch. Und den würde ich sagen, lernen wir einmal und gucken uns den mal an. Traumlicht Runenhirsch. Also das hier ist die normale Variante und das hier ist die coolere Variante, die Upgradete und die sieht deutlich nicer aus. Vor allem mit dem Geweih. Jetzt müssen wir schauen, da steht hier jemand im Weg hier. Also das macht definitiv was her mit den Runen, mit dem Geweih. Hinten hat es sogar so einen Blätterschwanz dran. Ich glaube, das hatte das andere auch schon. Und natürlich das Leuchten macht definitiv was her. Jetzt machen wir noch das Mount Special. Das ist einfach so ein bisschen Getrabe. Und sogar einen Sprung nach hinten. Und wo wir das genau herbekommen, will ich euch erklären. Also ihr müsst das allererstes bei den Night Fee anheuern. Und dann hier in der Paktzentrale Herz des Waldes die Kampagne beginnen. Die hat insgesamt neun Kapitel. Wenn ihr die alle neun abgeschlossen habt, ist ganz am Ende das Mount drin. Das dauert schon ein paar Stunden, wenn ihr die komplett durchboxen wollt. Und da ist relativ viel Lore drin. Die will ich euch jetzt nicht spoilern. Aber ich kann nur so viel sagen. Sie ist schon ganz nice gemacht. Und auch die anderen Covenants lohnen sich mitzunehmen. Nicht nur wegen den Mounts. Es gibt dann auch immer mehrere Transmog-Items, die ihr noch bekommen könnt. Von Rückenteilen und mehr. Also da gibt es schon einiges, was man erhalten kann. Ja, das ist soweit das, was ich euch sagen kann. Übrigens, ihr braucht eine gewisse Ruhmstufe, um die einzelnen Kapitel abschließen zu können. Ich glaube, wenn ihr Ruhm 24 seid, dann könnt ihr alle Kapitel abschließen. Und jeder Abschluss eines Unterabschnittes bringt euch auch eine Ruhmstufe hoch. Also sprich, dadurch, dass ihr die Kampagne macht, erhöht ihr auch eure Ruhmstufe an sich ein bisschen. Gut, das war es jetzt eigentlich. Damit sind wir mit allen Covenant-Kampagnen-Mounts durch. Falls euch die anderen interessiert, in der Mount-Playlist habe ich alle einmal gezeigt. Also die von den Necrolords, von den Venture, die beiden. Die von den Koreanern. Und jetzt auch die beiden von den Nightfee. Und damit sind wir dann mit allen Covenant-Kampagnen auch durch. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, seht ihr oder könnt ihr gerne beim nächsten Video wieder reinschauen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.